Sie hören jetzt die Montagsfrage. Es passt aber jetzt tatsächlich dazu, dass man ja im Januar auch auf vieles verzichtet. Man nennt es den Dry January, wenn man nicht trinkt. Und Veganary January, wenn man kein Fleisch und keine tierischen Produkte isst. Und wenn man jetzt aufhört mit Genussmitteln wie Zigaretten, was ist dann? Fällt das damit rein? Ich glaube, das nennt man einfach nur guten Vorsatz. Aber es ist auch nur Zufall. Ich wollte eh aufhören. Okay. Aber es geht in diese Richtung. Dann sind wir schon mal da. Es geht um die guten Vorsätze und ob man sie denn einhalten kann. Du bist ja mittendrin und gut dabei. Ja. Haben Sie gute Vorsätze für das neue Jahr? Deins wäre jetzt gewesen, nicht mehr zu rauchen. Nicht mehr zu rauchen. Also würdest du ja antworten auf die Frage? Ich würde sagen ja. Ja, ich würde ja sagen. 26 Prozent aller TeilnehmerInnen haben auch Ja gesagt. In dieser Woche sind es nicht ganz so viele, weil wahrscheinlich viele einfach keine Vorsätze sich gefasst haben. Das wird sich gleich noch zeigen. Aber ja, also die meisten haben sich keine Vorsätze gemacht. Aber es haben auch nur 71 Leute mitgemacht heute. Und von denen haben 73 Prozent gesagt, nein, ich habe keinen guten Vorsatz für das neue Jahr. Genau. Gut, okay. Ja. Dann sprechen wir jetzt über die, die einen haben, ne? Die einen hatten. Einen hatten, ja. Die einen hatten. Also genau, wir haben auch mal gefragt, wie das in der Vergangenheit war. Konnten sie ihre guten Vorsätze in den letzten Jahren umsetzen? Und da sagen bei jeder 59 Prozent, ich habe mir niemals Vorsätze gemacht. Die meisten haben einfach gar nicht so einen Bock drauf. Glaubst du das? Ja, ich gehöre auch dazu. Ich habe mir eigentlich, obwohl, stimmt gar nicht, ich habe mir einen Vorsatz gemacht. Für dieses Jahr oder gerne? Ja, für dieses Jahr. Das ist ich im Sommerurlaub, nämlich meinen wohlstandsgeformten Bauch, der sich über die Weihnachtsfeiertage auch zu einem wirklichen Mahnmal herangewachsen hat. Oh Gott, das klingt irgendwie ganz ekelig. Ein Mahnmal des Binge-Eatings. Ja, merkst du. Um es abzukürzen, im Sommer möchte ich gerne die Männer-Bikini-Figur haben, die mir im Kino bei dem Barbie-Film auch präsentiert wurde. Ja, du bist Strand vom Beruf. Ich möchte gerne an den Strand und da auch dementsprechend aussehen und deswegen vielleicht nicht mehr ganz so viele Süßigkeiten, vielleicht mal ein bisschen Sport machen und so weiter. Aber das ist bei mir auch so, in den letzten Jahren hat sich das immer wieder herauskristallisiert, wenn ich einen guten Vorsatz mir gesetzt habe, dann hat das selten gut oder gar nicht geklappt. So wie 22 Prozent auch hier geantwortet haben, nee, das hat selten geklappt mit den Vorsätzen. Ich bin eigentlich auch nicht der Typ, der jetzt sich Vorsätze fürs Jahr nimmt. Das geht ja eigentlich, also wir sind beim Rauchen, das ist ein Projekt, was schon länger im Raum steht. Deswegen ist es jetzt zufällig, dass es im Januar war. Ich wollte eigentlich letztes Jahr schon damit anfangen, aber das hat sich dann immer geschoben. Wie das immer so ist. Aber sonst fürs Jahr nehme ich mir ja auch nie irgendwas vor. Das macht für mich wenig Sinn. 16 Prozent haben auch nur geantwortet, ja, das mit den Vorsätzen, das hat bisher eigentlich immer recht gut geklappt. Genau, ja. Kommen wir zum Vegan... Wie January, wie January, sprich es aus, sprich mir nach. Wie January. Wie January. Wie January. Wie January. Ja, und Dry January. Dry January. Ja. Also im Januar vegan leben oder im Januar kein Alkohol trinken der. Wie January und Dry January. Und das ist ja wirklich krass, dass 97 Prozent sagen, machen Sie mit. Nein, machen Sie nicht. Nein, da macht keiner mit. Und beim Wie January macht gar keiner mit. Und zumindest ein paar sagen, sie trinken nicht im Januar, über den Januar. Aber wirklich krass, 97 Prozent haben weder Lust noch bei diesem Trend, sage ich jetzt mal, mitzumachen, noch haben sie offenbar irgendeinen Drang, da überhaupt sich irgendwie darauf einzustellen, im Januar irgendwas wegzulassen. Ich glaube, dass diese Geschichten, diese Aktionen, die es dann weltweit gibt, ich glaube, man schreckt das auch ab. Die haben dann schon, weil es dann wieder Trend ist, keinen Bock, könnte ich mir vorstellen. Ja, habe ich auch nicht. Aber da haben wir ja auch nochmal nach gefragt. Ach so, ja. Was halten Sie von Aktionen wie dem Dry January oder dem Wie January? Nichts halte ich davon. Nichts. Du hältst davon nichts. Was haben das, gab es Leute, die auch nichts gesagt haben? Nee, aber 42 Prozent sagen, sie dienen nur der Selbstberuhigung. Ja, das meine ich mit nichts. Das ist nichts, ne? 23 Prozent sagen, sie helfen nicht bei dauerhaften Veränderungen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich denke, wenn man sowas mal ein Jahr im Monat gemacht hat. Ja, ich weiß nicht. Wobei ich auch sagen muss, ich finde immer, ein Monat ist ziemlich kurz. Wenn man irgendwas nicht machen will und das nur einen Monat nicht macht, dann ist es sehr leicht sich über, weißt du, wenn du sagst, ich will jetzt drei Wochen nichts trinken, äh, einen Monat nichts trinken, dann musst du dich irgendwie über drei Wochenenden hangeln. Also Alkohol. Genau, das, ja, das kriegt man irgendwie hin. Aber, ähm, wenn man, wenn man wirklich mal überlegen will, ob man auch ohne Alkohol auskommen könnte, dann müsste man es mal drei, vier Monate machen, um zu gucken, so, ähm, schaffe ich das auch, ohne mich irgendwie nur dahin zu hangeln, sondern wenn du drei Monate das machen musst, dann musst du irgendwas anderes haben. Immer am Wochenende, außer zu saufen. Wenn ich jetzt so mal nachdenke, ich glaube, ich habe im ganzen Januar bisher auch noch kein Alkohol getrunken, aber ohne da mitzumachen, einfach nur so nicht. Wir waren nämlich letztens in einer Bar, aber da habe ich einen alkoholfreien Cocktail getrunken. Oh, das bin ich die Tage auch gemacht. Weil das, der klang so lecker und da habe ich gedacht, wenn da jetzt noch Alkohol reinkommt, das versaut's. Wie hieß denn der Cocktail, den du getrunken hast? Der hieß, äh, irgendwas mit Bali im Namen. Mit Bali im Namen, okay. Das ist was wie Bali Sunrise oder so hieß der. Der war wirklich mit allen möglichen Früchten, das war wirklich lecker, aber ich kann's dir auch nicht mehr genau sagen, was da drin war. Der hat letztens auch einen alkoholfreien Cocktail, der hatte so einen geilen Namen, der wieder so doppeldeutig war und jetzt habe ich ihn vergessen, leider. Wir bewahren uns das auch für den nächsten Barbesuch. Richtig, wir müssen ja noch zu Ende sprechen über die Frage, was halten Sie von Aktionen wie dem Dry January oder dem V-January. Die meisten haben ja zur Selbstberuhigung gesagt und ich finde auch die Selbstberuhigung, dass man macht sich vielleicht ein bisschen was vor oder man versucht sich zumindest ein bisschen so in diese Stimmung zu bringen. Ich kann das auch schaffen, ich mach das auch gerne mal jetzt im Monat nicht. Aber es ist ja eigentlich auch nichts Schlimmes. Nein, überhaupt nicht. Und eigentlich ist es auch geil, wenn danach dann, wenn man zum Beispiel im Februar sagt, ich hab jetzt irgendwie aus dem Januar so viel mitgenommen, ich behalte das erstmal bei. Genau. Dann werden aus einem Monat ganz schnell zwei und dann vielleicht sogar drei. Genau. Hier sagt ja auch, sieben Prozent der Leute sagen ja immerhin, der Teilnehmer, der Teilnehmer, ja genau, sagen, sie können dauerhaft, die Aktionen können dauerhaft helfen, das eigene Verhalten zu hinterfragen und weitere acht Prozent sagen, gemeinsam gefällt der Verzicht leichter. Weil man jetzt in so einer Art Community ist, wenn man jetzt da mitmacht. Vielleicht, aber die Leute brauchen ja auch oft irgendwie ein Wort für irgendwas und eine Gemeinschaft, mir ist das egal. Nee, ist gut. Auf jeden Fall, wenn es klappt und wenn es für jemanden auch wirklich funktioniert, dann sollte man das auf jeden Fall durchziehen. Ja, ja. Welche großen oder welche große Veränderung steht in 2024 an oder welche großen Veränderungen? Du hast es auch, du hast dich hier verschrieben, ich sehe es gerade, du hast geschrieben, welche große Veränderungen stehen in 2024 an? Nein, nein, habe ich tatsächlich einen. Aber das Tollste ist ja, dass die meisten, nämlich 81 Prozent aller Teilnehmenden sagen, alles bleibt beim Alten. Alles bleibt beim Alten. Und vier Prozent der TeilnehmerInnen gehen in Rente oder in die Pensionierung. Um mal klarzustellen, was du alles für Antwortmöglichkeiten hier gegeben hast, du hast geschrieben, Nachwuchs. Also Nachwuchs heißt Kinderkriegen. Neuer Arbeitsplatz, Hochzeit, Umzug, Bildungsabschluss und dann noch Renteneintritt und alles bleibt beim Alten, war dann wirklich das, was die meisten irgendwie für am lukrativsten auch zum Anklicken. Ja, offensichtlich. Und direkt danach, gefolgt mit neun Prozent, ist unsicher. 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 Wir leben in unsicheren Zeiten, in denen alles beim Alten bleibt. Jetzt mal Real Talk, man weiß doch im Januar nicht, was 2024 so passieren wird. Ja, doch. Es kann alles passieren. Also Nachwuchs, wenn man es noch nicht weiß, kann er trotzdem noch kommen. Klar, aber ob man den Arbeitsplatz wechseln wird, wahrscheinlich kann man sich schon, wissen wahrscheinlich die meisten schon, ob sie heiraten würden, wissen die meisten auch, ob sie umziehen. Ja, stimmt, okay. Ich plan, also ich glaube, viele Leute planen ja schon ein bisschen länger als nur zwei, drei Monate. Kann sein, dass ich auch einfach immer nur von heute auf morgen den Tag lebe und deswegen. Ja, vielleicht liegt das daran. Planen Sie einen Urlaub. Oh, obwohl da... Ja, da bist du. Jetzt weißt du doch wieder, was du dir machen kannst. Für den Sommer habe ich doch da schon alles in sicheren Tüchern. Die Tickets sind gebucht, nur die Figur fehlt noch dafür. Aber ja, da würde ich sagen, planen Sie einen Urlaub. Ja, eine große Reise, zwölf Prozent. Da sehe ich mich. Da siehst du dich. Bei einer großen Reise. Wo fährst du hin? Ich fahre nirgendwo und ich fliege wohin. Ui. Ui. Ja, einmal um die halbe Welt. Flugscham. Wie bitte, was? Flugscham empfindest du nicht, ne? Flugscham? Ja. Was ist das? Kennst du das nicht? Ach, wenn man, ähm... Wenn man den Leuten, wenn man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man so viel fliegt. Oder wenn Leuten ein schlechtes Gewissen gemacht wird, weil sie fliegen. Ja, ich bin jetzt, ähm, ich glaube das letzte Mal vor Corona noch geflogen. Ja. 2019. Das stimmt nicht. Aber ich bin nicht... Wieso? Weil du schon, ähm, weil du nochmal auf Mallorca warst, während wir noch hier zusammen gearbeitet haben und ich bin erst seit zwei Jahren hier. Das letzte Mal war ich aber 2019 auf Mallorca. Aber da kannten wir uns noch nicht. Wir kennen uns... Stimmt. Dann war ich tatsächlich doch nochmal in der Corona-Phase. Du fliegst so oft, dass du dich gar nicht erinnern kannst. Ja, stimmt. Also ich bin wirklich ein Vielflieger. Wahnsinn. Ja, ja, ganz schlimm ist das. Genau. Hast recht, ja. War das in Corona-Zeiten nochmal, ne? Aber dann war es letztes Jahr? 22 oder 21. Keine Ahnung, ich bin so oft im Urlaub. Ich vergesse einfach mal alles. Ähm, hast du einen Urlaub dieses Jahr? Ähm, ja, schon, aber wahrscheinlich nicht weit und, ähm... Innerhalb von Deutschland? Innerhalb von Deutschland und wahrscheinlich auch irgendwie im Umkreis von 150 bis 200 Kilometer von meinem Wohnort. Das ist kein Urlaub, das ist ein Tagesausflug. Naja, wenn ich ein paar Tage da bleibe, ist es ein Urlaub. Dann ist es nur nicht wieder nach Hause gekommen. Versackt bei irgendjemandem. Okay, also du bist nicht weit weg unterwegs. Hast du gar keine... Ähm, hast du Flugscharfen? Ne, ich muss ehrlich sagen, also fliegen würde ich, wenn ich irgendwo mal länger hin wollte als ein paar Wochen, als eine Woche oder so, würde ich auch fliegen, gar keine Frage. Aber ich habe Hunde, die ich lange, also die ich nicht auf lange Reisen mitnehmen kann. Einfach darum bleibe ich in der Nähe. Und ich muss auch sagen, ich finde Fliegen total anstrengend. Ich mag das auch nicht. Ich finde dieses, ähm, zum Flughafen fahren, weißt du, das Ganze, was man vorher machen muss, bevor man dann irgendwo hinfliegen darf, dieses sich darum kümmern, das strengt mich schon wieder so an, dass ich schon wieder überhaupt keinen Bock mehr habe. Mich stört der Flug, also ich habe immer keinen Bock auf stundenlang in der Maschine sitzen. Achso, ne, damit würde ich klarkommen, wenn man mich einfach von zu Hause direkt reinsetzen würde in das Flugzeug, wäre es okay. Das wäre geil. Aber dieses zum Flughafen fahren, da früher da sein, da noch warten, das ist dann schon wieder ein ganzer Tag irgendwie nur für die Abreise und wieder ein ganzer Tag fürs Nachhause kommen, sonst ist mir zu viel. Das ist sehr stressig. Verreisen ist auch immer sehr stressig. Und dann, wenn man nicht so, wenn man auch nur zwei Wochen Urlaub im Stück hat, dann müsste man ja auch wieder so fliegen, dass man quasi mit dem ersten Urlaubstag losfliegt und mit dem letzten dann gleich wieder direkt zur Arbeit, da habe ich keinen Bock drauf. Mach ich auch immer so, dass ich, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, mindestens noch zwei, drei Tage, bevor ich wieder zur Arbeit gehe, Puffer habe, um wieder klarzukommen. Kann ich verstehen. Das Schlimmste ist, wenn du von einer richtig großen Reise wiederkommst, wo du zwei, drei Wochen weg warst. Ich weiß, du warst gar nicht noch nie so lange weg, oder doch? Doch. Doch, stimmt, du warst ja schon mal in Amerika. Wenn man aber von so einer, dann war es bei dir vielleicht auch so, du kommst wieder nach Hause und du hast so ein Gefühl von, alles ist so fremd und das Leben, in das man zurückkommt, das man ja vorher auch hatte, das wirkt irgendwie so entfernt von einem. Ja klar, man ist ja raus, man ist ganz woanders, in einer ganz anderen Realität. Ja, ich kann das nicht verstehen. Total. Deswegen ist vielleicht einfach nur 100 Kilometer irgendwo hinfahren vielleicht gar nicht so verkehrt. Naja. Auch für die Psyche. Vor allem, wenn es nur darum geht, seine Ruhe haben zu wollen, ist eigentlich egal, wo man jetzt gerade ist. Das stimmt. Die meisten planen aber sogar mehrere Reisen. In der Umfrage haben 38% gesagt, ja, Urlaub auf jeden Fall, sogar mehrere Reisen, nur 9% bleiben zu Hause und der Rest entscheidet das spontan. Ja, 22% wie ich innerhalb von Deutschland, weiß nicht, ob wir es schon hatten gerade, aber zur Sicherheit nochmal gesagt, 22% sind so wie Vasco nur in Deutschland. Ja, das ist wichtig. Obwohl man könnte ja, wenn man, also wenn man ganz oben im Norden wohnt, irgendwo da an der Nordsee und dann nach Bayern fährt, nach München oder was, oder nach Unterhachingen oder wie das heißt, das ganz unterste Dorf da, dann ist man da auch einen Tag unterwegs, dann sind das 800 Kilometer oder so. Mehr sogar noch auf jeden Fall, da bist du, also mit dem Auto, fast so anstrengend wie zum Flughafen fahren. Also innerhalb von Deutschland kann man auf jeden Fall auch schon eine stressige, lange Reise machen. Ja, ja, klar, das kann man. Also ich bin vor ein paar Jahren mal in den Bodensee gefahren, da bist du auch fast den ganzen Tag unterwegs. Das ist wirklich so. Das Jahr hat erst gerade begonnen, so gefühlt sind wir immer noch frisch drin, obwohl der Januar nun schon fast vorbei ist. Aber wie zuversichtlich blicken Sie denn auf das Jahr 2024, also auf die nächsten elf Monate? Und oh Mann, 39 Prozent, das sind die meisten in diesem Fall, sagen eher pessimistisch. Der Blick aufs Jahr ist pessimistisch. Bist du auch so ein Pessimist? Also ich sehe es ja so, dass man ja eigentlich optimistisch immer in so ein Jahr starten sollte. Ja, ich bin eigentlich ein gesellschaftlicher Pessimist, aber für mich privat bin ich sehr optimistisch. Also ich wette, das wird für mich wieder ein geiles Jahr, nur für den Rest der Leute einfach für den Großteil der Menschheit wird es halt wieder scheiße, wie die letzten Jahre auch schon. Du lässt es einfach nicht so nah an dich ran. Naja, ich bin halt übelst privilegiert und habe sehr viel Freiheiten im Gegensatz zu vielen anderen Leuten und ja, für mich persönlich wird es gut und dann wundert man sich hinterher, dass alles im Arsch ist, weil man es nicht mehr gerichtet hat. Also auch reingehen in so ein Jahr und optimistisch reingehen und sagen, das wird ein super Jahr, heißt ja nicht, dass am Ende des Jahres es trotzdem auch vielleicht ein doofes Jahr war. Ja. Kann ja alles passieren. Klar, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wie blicken Sie auf das Jahr 2024? Ich würde ankreuzen, das entscheide ich mal spontan. Unsicher. Unsicher. Ja, aber doch, die meisten Leute sind ja neutral bis pessimistisch eingestellt. Also sehr zuversichtlich sind 5% unserer TeilnehmerInnen, eher optimistisch 15% und bei neutral sind schon 26, eher pessimistisch 39 und sehr pessimistisch 11. Und der Rest ist unsicher. Also wir schauen aufs Jahr 2024 und mal gucken, wie es wird. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn es für alle gut wird. Aber wir wissen auch, dass die Welt um uns herum es manchmal ja nicht zulässt, dass alles immer tipptopp ist. Und die AfD lässt es auch nicht zu. Die gehört mit dazu? Ja, die gehört übrigens verboten. Eine Frage, die wir, nee, nicht in der nächsten Woche stellen. Ja. Was wir in der nächsten Woche stellen, kannst du uns aber gleich bestimmt sagen. Denk nochmal drüber nach. Ich schaue mal, was uns denn hier die Menschen in das anonyme Feld geschrieben haben. Denn man kann ja jede Woche auch in dem Newsletter und in der Umfrage an sich auch seine eigene Meinung nochmal reintippen. Ja. Ohne, dass man da Rückschlüsse ziehen kann, wer das jetzt geschrieben hat. Abnehmen und in den Urlaub fliegen, hat sich jemand vorgenommen. Oder meiner Frau, eine in Klammern Schwerbehinderte, immer hilfreich zur Seite stehen. Ja. Was haben Sie sich vorgenommen? Jemand antwortet, nichts. Et küt, wie et küt, wie RheinländerInnen zu sagen pflegen. Jemand hat hier gegendert. Nice. Nice. Sehr nice. Gesünder Leben oder Krankheiten vorbeugen, ist auch so eine, eigentlich jedes Jahr immer so eine gesetzte Sache, die man sich vornimmt, oder? Ja. Finde ich hier auch gut. Mehr Flagge zeigen, für mich wichtige Ereignisse persönlich vertreten, das ist auch eine gute Sache, finde ich. Mhm. Mehr Flagge zeigen bedeutet ja auch, dass man mehr für seine Überzeugung einsteht. Genau. Dass man auch einfach mal das Maul aufmacht, wenn man was sagen möchte. Gewicht reduzieren, das hatten wir jetzt auch schon bei mir. Das ist ja auch so ein bisschen mein Vorsatz. Ja. Keller und Arbeitszimmer ausmisten ist gut. Ja. Das kenne ich aber auch. Ich denke, das hat man während der Corona-Zeit gemacht. Ja, aber guck mal, die ist ja jetzt auch schon, Corona ist ja lange vorbei. Gefühlt, ja. Gefühlt, genau. Und da hat sich ja schon wieder einiges an Müll angesammelt bisher. Also bei mir auch. Ich bin 2020 umgezogen, habe ganz viel weggeschmissen und jetzt könnte ich auch wieder ausmisten. Ich lebe immer sehr ordentlich, muss ich sagen. Ich weiß, ich weiß. Und die Unordnung ist dann immer da, wo sie hingehört, nämlich in den Abstellraum oder vor dem Abstellraum an der Ecke. Ja, okay. Jemand geschrieben, gesünder und weniger Essen. Und was haben Sie sich vorgenommen? Mehr Sport, Kultur und politisches Engagement gegen Nazis. Das unterschreibe ich, da mache ich auch mit. Mehr Engagement gegen Nazis und gegen die AfD. Also, Basko, da bin ich komplett d'accord. Schön, das freut mich. Und wünschen wir jetzt noch einen schönen Tag und allen, die zugehört haben, natürlich auch. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Ist dir eingefallen, was wir nächste Woche haben? Ja, wir beschäftigen uns mal mit den Neuerungen, die in den Arztpraxen vor sich gehen, wie zum Beispiel dem E-Rezept oder der elektronischen Krankschreibung und fragen unsere LeserInnen, was sie denn von diesen schönen Neuerungen halten. Die sind super. Ich bin mal gespannt. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Oder zum Beispiel, ob man auch einen Videocall mit seinem Hausarzt machen möchte. Da können wir uns ja dann nächste Woche nochmal drüber unterhalten. Ich glaube, du hast da Erfahrung. Also, toll. Weil ich erzähle von meinen Videocalls mit den Ärzten, mit denen ich bisher gesprochen habe. Es waren immer verschiedene Ärzte. Ja. Und es waren immer Videocalls, die, ich glaube, unter 60 Sekunden waren. Und danach hatte ich meine Bestätigung, ich bin krank. Du bist krank. Und werde aber auch wieder gesund. Gut, das ist immer das Schönste, wenn man das auch sagt. Ja, dafür geht man ja zum Arzt. Also, wir sehen uns dann und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.